Kraft. Das Vermögen oder auch die Fähigkeit zu wirken. Beispiele? Seine ganze Kraft für etwas aufbringen. Ihr fehlt die Kraft. Ihre Kräfte versagen. Jeden Tag bin ich umgeben von Dingen. Dinge, die flüchtig sind. Dinge, die nicht überdauern werden. Dinge, die selber keine Kraft aufwenden müssen. Wohin gehen die Dinge, wenn sie nicht mehr da sind? Wohin fliehen sie? Und was mache ich noch hier, wenn sie mich allein lassen? Auf was wirke ich dann ein? Wenn in mir keine Kraft wäre, dann könnte ich auch Ding sein. Mich nicht darum sorgen, ob ich morgen noch da bin. Mich nicht darum kümmern, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Dann nehme ich nicht wahr, was um mich herum geschieht. Was von mir erwartet wird. Wozu man mich benutzen will. Aber ich bin hier. In meinen Beinen ist noch Kraft. Ich sorge mich. Ich kümmere mich. Ich muss zu Kräften kommen. Augen zu und durch. Wenn das Projekt den Bach runter geht und wir unseren Key-Account verlieren, dann liegt das an dir und nur an dir. Die Moneyland Paper is on my desk. End of day. End of fucking day. Bei Kräften sein. Seine Kräfte bündeln. Bei Kräften sein. Seine Kräfte bündeln. Bei Kräften sein. Seine Kräfte bündeln. Mit ganzer Kraft. Bei Kräften sein. Seine Kräfte bündeln. Bei Kräften sein. Seine Kräfte bündeln. Mit ganzer Kraft. Mit ganzer Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Well-Agent. Vielleicht möchte ich auch Ding sein. Keine Kraft aufwenden. Mich benutzen lassen. Und dann fliehen. Gehen. Wenn sie wenigstens ganz verschwinden, still und leise, mich nicht daran erinnern, dass sie überhaupt mal da waren, denn solange sie da sind, lasten sie auf mir, rauben mir meine Kraft, meine Fähigkeit zu wirken. Ganz verschwinden, still und leise, auf niemandem lasten, keine Kraft rauben. Gehen. Wohin gehe ich, wenn ich nicht mehr da bin? Wohin gehe ich, wenn ich nicht mehr da bin? Ich muss nicht mehr da bin. Ich muss nicht mehr da bin. Untertitelung des ZDF, 2020